So, wir sitzen gerade in einem Minibus mit 22 Leuten oder 21, ich weiß nicht genau, und wir haben keinen Platz uns zu bewegen, sag was. Ja, was soll ich sagen, auf jeden Fall fahren wir nicht raus, so, wir sind hier. Wir sind hier, wir sind hier geschnallt. Kamera, er soll auch was sagen, die Kamera. Kamera machen, hallo, jetzt will er nicht.